Tragische Nachrichten um Roman Kostomero, 46 Als Eiskunstläufer ist der gebürtige Russe berühmt geworden. Immerhin konnten er und seine Tanzpartnerin Tatjana Nauka im Jahr 2006 Gold bei den Olympischen Winterspielen nach Hause holen. Bereits im jungen Alter von neun Jahren hatte er das Eislaufen begonnen, weshalb der Sportler so manchen Weltmeister- und Europameistertitel für sich entscheiden konnte. Doch nun scheint seine Karriere beendet zu sein, nach einer Lungenentzündung müssen Roman beide Füße amputiert werden. Wie die Gast Zettadello Sport berichtet, musste sich Roman am vergangenen Mittwoch einer überraschenden Notoperation unterziehen. Nach einer Lungenentzündung war der 46-Jährige im Januar auf die Intensivstation. Untertitelung in der Nähe Lungenentzündung